Hier in der Todesgruppe unter den Late-Night-Shows. Schön, dass ihr da seid. Mann, war da was los, oder? Ein Paukenschlag am Wochenende. Die SPD hat ein neues Führungs-Duo. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ich schaue hier in teilweise sehr junge Gesichter, die mich fragend angucken und sagen, was ist das ein SPD? Was haben sie gemacht? Erzähl ich euch, das war einmal eine große Volkspartei. Die hat jetzt eine neue Parteiführung gewählt, die eben erwähnten Norbert und Saskia. Ja, Leute, das ist was Gutes. Endlich hat mal wieder einer von der SPD eine Wahl gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Für mich, dieses Ergebnis die schönste Überraschung seit Ben Affleck als Batman. Ich meine, es soll nicht böse klingen, aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Man hat die zwei noch nie irgendwo gesehen. Es ist ein bisschen so, als hätte jemand in meiner Lieblingsserie die Hauptdarsteller durch irgendwelche Leute von der Straße ausgetauscht. Ich soll das jetzt aber weitergucken. Die zwei sprühen vor Tatendrang, damit macht man sich natürlich keine Freunde in Berlin. Aber endlich herrscht wieder Aufbruchstimmung bei der SPD. Tausende Genossen lassen sich bereits ihr Andrea Nahles-Tattoo mit Che Guevara überstechen. Hasta la victoria siempre mit Norbert und Saskia. Die eigentliche Sensation, Olaf Scholz, der ist ein Begriff, oder? Die schwarze Null, Olaf Scholz, wurde nicht gewählt, obwohl das eigentlich so abgemacht war. Man konnte das sehen in seinem Gesicht, der war auch ein bisschen überrascht. Der tat mir richtig leid. Ich glaube, er trug sogar schon sein rotes Paillettenkleid für die Siegesfeier unterm Anzug. Hat sich komplett umsonst den Rücken rasiert. Das kenne ich. Aber wir bleiben an dem Thema dran, mal gucken, wie lange das gut geht. Dann habe ich noch was gesehen am Wochenende, das Adventsfest der 100.000 Lichter. Wer hat es gesehen? Für mich das absolute Highlight. Kam Samstag noch was im Fernsehen rein. 100.000 Lichter. Warum sind das 100.000 Lichter? Warum müssen das 100.000 Lichter sein? Warum nicht 50.000 oder 10.000 oder 1.000? Warum müssen es absurde, größenwahnsinnige 100.000 Lichter sein? Man sieht die ja auch gar nicht. Oder haben die da 100.000 Lichter? Ist das das Ding, dass da einer 100.000 Lichter hat? Wie beim Domino Day, dass das das Event ist. Nee, das haben die sich so ausgedacht. Kennen Sie das Gefühl, den Kopf in so kochenden Glühwein reinzutauchen? Dann haben Sie Samstag vielleicht auch das Adventsfest der 100.000 Lichter gesehen. Oder wie ich es nenne, Florians vorweihnachtlicher Vorschlaghammer. Also wer nach dieser Show immer noch nicht gerafft hat, welches Fest vor der Tür steht, der ist wirklich sehr, sehr dumm. Für die TV-Zuschauer war es leicht verwirrend. Ich bin immer noch entsetzt, dass du nicht Duell um die Welt geguckt hast. Das ist für mich wahnsinnig stinklangweilig. Ich weiß ja, wie es ausgegangen ist. Also ist mir ja wurscht. Und wenn der Flori läuft, ja, da kann die Hochzeit meiner Eltern im Fernsehen laufen. Ich gucke den Flori. Da ist mir scheißegal, was woanders läuft, ja. Auf Sat.1 lief zeitgleich Charlie in die Schokoladenfabrik. Und das war ein bisschen verwirrend bei dem Him-und-Her-Zappen. Bei Florian hießen die Umpa-Lumpas nämlich Semino Rossi, Matthias Reim und Stefan Moss. Matthias Reim, den kennt man aber noch, oder? Das ist der, über den Keith Richards sagt, der sieht aber fertig aus. Stefan Moss, der hat für den absoluten Höhepunkt gesorgt und seiner Liebsten einen total überraschenden Heiratsantrag gemacht. Alle haben natürlich gehofft, dass sie Ja sagt, so wie bei der Probe. Das erste Mal, dass Florian Silbereisen irgendwo an der Kulisse steht und selber denkt, was für eine verlogene Scheiße ist, dass sie alle geschehen hat. Herz ergreifen. Herz ergreifen. Ich hoffe, die haben sich wenigstens schon mal vorher gesehen. Die haben sich bestimmt schon mal vorher gesehen. Ist doch dieses Format plötzlich Hochzeit oder wie das heißt, ja? Ich höre auf mit den Witzen jetzt, bevor Kerstin auch hierher kommt, mir eins auf die Fresse haut, ja? So, was war noch nicht schön? Müssen wir drüber nachdenken. Ah, hier, da will unsere Bundeswehr auch mal cool sein und macht schwer auf Hip bei Instagram. Und dann postet der Social-Media-Beauftragte sowas hier. Toll, eine Wehrmachtsuniform, super Idee, ja? Hashtag Retro. Haben wir da nicht drauf gemacht. Das haben die selber gemacht, ja? Kommt genauso original von denen. Ich meine, das hätte auffallen müssen, an der Uniform, da sind mehr Nazi-Symboliken sichtbar als bei jedem durchschnittlichen Schwimmbadbesuch in Brandenburg. Als ich hörte, Nazi-Symbole in der Insta-Story, dachte ich erst, was ist los? Macht Kollegah wieder Promo fürs neue Album? SS-Wappen, Hakenkreuze, Knöpfe. Ich meine, sehen wir es mal positiv. Die Uniform ist wahrscheinlich derzeit das einzige Teil bei der Bundeswehr, wo noch ziemlich alles dran ist, ja? Als Björn Höcke den Post gesehen hat, ist er ganz hektisch zum Schrank gelaufen, hat geguckt, ob seine noch da ist, ja? Die war noch da, ja? Die, die man hier sieht, die wurde damals Alexander Gauland beim Baden am See geklaut, ja? Aber jetzt mal zurück zur Bundeswehr. Ja, man muss ja auch mal loben, wenn die was richtig gut, ja? Also die haben keine Hubschrauber. Die haben keine Transportmaschinen, Gewehre, die nicht gerade ausschießen, aber einen Instagram-Account, der funktioniert. Viele fragen sich natürlich, warum denn eigentlich überhaupt bei Instagram? Ich meine, Nazi-Kram postet man bei Facebook, das weiß doch jeder, ja? Übrigens, Bundeswehr, ne? Sich auf die Tradition der Wehrmacht zu berufen, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Die hat verloren damals, ja? Hatten Sie eigentlich auch einen schönen Black Friday? Hatten Sie auch einen schönen Black Friday? War toll, oder? So mal richtig zuschlagen, ja? Einfach mal so einen Tag Pause vom Weltrettergetur, schön, ne? Haben alle mitgemacht, beim Black Friday ist es egal, ne? Einfach mal nur auf den eigenen Vorteil bedacht sein, am nächsten Morgen irgendwo auf dem Nackt, auf einem Berg von Einkaufstüten aufwachen. Ich habe ordentlich zugeschlagen, ich habe sogar mein ganzes Publikum hier neu eingekleidet, ja? Guck mal, ganz toll. Keine 20 Euro hat das gekostet und es steht Ihnen wirklich richtig gut, ja? Ich selbst habe mir diesen Pullover hier gegönnt, 70 Prozent reduziert und da war noch ein bisschen Blut an den Nähten, habe ich nochmal 5 Prozent bekommen, ja? Ich habe ein Händchen für Schnäppchen. Unschlagbare Preise, kann man bei den Klamotten auch fühlen, ja? Die haben im Innenfutter so kleine gefaltete Zettel so eingenäht mit Hilferufen drauf, ja? An dieser Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön an die dritte Welt. Der Black Friday ist ja quasi Ihr Weihnachtsgeschenk an uns, oder? Dankeschön, toll. Heute ging es auch direkt weiter mit dem Cyber Monday. Das ist der Black Friday für alle Menschen, die am Automaten kein Geld mehr bekommen, ja? Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Es gab noch was Wahnsinniges. Hier in Berlin ist ja der Mietmarkt, das weiß man mittlerweile, wahnsinnig verrückt geworden. Also es gibt kleine Wohnungen, sehr teuer und alle wollen dahin. Jetzt gab es für eine einzige Besichtigung 1800 Leute, die sich angemeldet haben. 1800 Leute. Klar, ich meine, viele enttäuscht, aber bei dem einen Glücklichen, der die Wohnung dann am Schluss bekommen hat, da war die Freude natürlich umso größer. Also, herzlich willkommen in Berlin, Jürgen Klinsmann. Meine Damen und Herren, wir haben eine großartige Sendung vorbereitet. Ich werde heute wieder ein paar Telefonbetrüger in das Handwerk legen. Hier bekommt man heute mehr Verbrecher als bei Capital Bra vor der Haustür. Los geht's, Bratans und Bratinas, Musik von Gloria und Jakob Lund.